Siehst du den Berg da drüben? Alles erscheint so nah. Das ist die Zukunft. Und jetzt erscheint alles so weit weg. Das ist die Vergangenheit. Massagen, Sauna, Kontrolluntersuchung beim Arzt, damit du wieder richtig fit wirst. In meinem Alter ist wieder fit werden, Zeitverschwendung. Und dirigieren oder komponieren Sie noch, Maestro? Nein, ich bin im Ruhestand. Hast du heute schon gepinkelt? Vier Tropfen. Du? Genau so. Mehr oder weniger. Mehr oder weniger. Weniger. Ihr habt wirklich eine eigenartige Freundschaft. Eigenartig? In einer guten Freundschaft erzählst du dir nur die guten Dinge. Wer ist sie? Gott. Mami hat uns immer gesagt, Ruhe, Daddy, komponiert. Ruhe, Daddy, kriegt heute Abend Besuch von Stravinsky. Wer warst du? Weißt du, wer das Stück komponiert hat? Nein, wer? Das war ich. Heute? Nein. Hoffen wir, dass wir morgen pinkeln können. Sie hatten keine Befugnis. Keine. Mexiko City. Was haben Sie da gemacht? Ich habe längst überfälligen Urlaub genommen.